Moin YouTube! Wundert euch nicht, dass ich euch in diesem Video zweimal begrüße. Ich musste das Ganze nochmal neu schneiden und rendern, da ich bei eurer Aufnahme leider einiges verkackt habe und ihr dadurch einen Großteil des Videos bzw. einen Großteil des Textes, den ich euch gezeigt habe, nicht sehen konntet. Und damit ihr das Ganze sehen könnt, während wir darüber sprechen, leide ich das Ganze nochmal neu hoch. Es tut mir wirklich leid für die Leute, die es bereits einmal geschaut haben und kommentiert haben, aber ich weiß es wirklich sehr zu schätzen und ich hoffe, dass das Video euch eher weiterhilft als das letzte Video, das ich hochgeladen habe. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Moin YouTube! Und willkommen zu den weiteren Patchänderungen. Die meisten von euch sind sicherlich von Simjo hergekommen. Hier geht es wie bei Simjo nach dem zweistündigen Video oder sowas bereits angesprochen weiter. Damit erstmal Moin an Simjo oder Willkommen zurück an Simjo. Moin! Hallo! Und wir starten auch direkt durch. Auch ich habe natürlich den 300 Euro Übersetzer genommen, weil wir haben das beides beim gleichen jeweils übersetzen lassen. Ja, aber wir waren so schlau, wir haben beide bezahlt, ja? Ja, ja, wir haben beide bezahlt. YouTube und Twitch, meine, regelt einfach. Genau, genau. Ja, es geht ums Jungling, also um den Jungle. Wir haben die Wirtschaft des Junglers überholt. XP und Gold, die durch das Besiegen von Monstern früh im Spiel gewonnen wurden, werden reduziert, während sie im mittleren bis späteren Spiel steigen, was insgesamt zu einer höheren Leistung als zuvor führt. Die Monster, die von dem Monster verdiente Goldmenge, die alle 30 Sekunden steigt, wurde während des Spiels von 2,6 Prozent erhöht, auf 1 Prozent für die ersten 2 Minuten des Spiels erhöht und auf 4,5 Prozent nach 8 Minuten. Nach 2 Minuten erhöht sich die Goldmenge um 165 Prozent. Ja, können wir gerade schon mal ganz kurz drüber reden. Finde ich, das ist eine gute Änderung, weil wir gerade angesprochen haben, dass es sehr, sehr viele Articaries im Jungle gibt, auch nach dem Patch, und die gerade im Early-Bereich immens große Vorteile sich erspielen konnten durch den schnellen Jungle-Speed. Und das wird ein bisschen eingeschränkt, zumindest XP-technisch. Gold-technisch ist das auch sehr gut. Man hat eine gute Comeback-Mechanic, man kann als Team ein bisschen mitjungeln. Jeder Jungler hasst es trotzdem, es ist notwendig. 165 Prozent ist eine Menge. Das ist sehr, sehr viel. Na gut, da haben viele Adems aber super, super viel. Ja. Vor allem für Late-Game-Helden, die eh super durchfarmen. Eine Weile, die kann sich ab dem Zeitpunkt einfach nur durchrasieren für ihr Gold, ja. Ja. Ist eine Comeback-Mechanic, aber auch eine Mechanic, wie ihr euren Vorsprung weiter ausbauen könnt, weil ihr halt Dominanz über den Gegner-Jungle gewinnen könnt. Ja, genau. Finde ich beides sehr gut. Der von Monstern verdiente XP-Betrag, der sich alle 30 Sekunden erhöht, wurde von 7,7 Prozent während des gesamten Spiels geändert auf 3 Prozent für die ersten Minuten im Spiel, erhöht sich auf 10 Prozent nach 8 Minuten. Das ist das, was wir eben angesprochen haben. Weniger XP, also ihr baut langsamer eine Lead auf. Ab elf Minuten. Das ist krass. Die wollen einfach die Spiele kürzer machen, ja. Und nach elf Minuten erhöht sich der XP-Betrag um 240 Prozent. Das Basisgold der Weisen und des Machtgolems wurde von 78 auf, oh shit, 65 Prozent gesenkt. Und das Basisgold für Baumkröte, Leuchteidechse, Wilde Affe und Steinkrabbe wurde von 50 auf 55 erhöht. Geil. Wir haben schon mal die Namen auf jeden Fall jetzt für die Dinge. Ja. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich krass, weil das im Endeffekt ein Buff für Articaries ist. Es gab ja vorher Jungliner, Solo-Q zumindest, die von Buff, Buff gegangen sind und direkt invaded haben, weil sie halt das Gold hatten, um bereits halt einen Vorteil zu erschaffen. Den haben sie jetzt nicht mehr, weil halt die Buffs weniger Gold geben. Und generell ist es nicht mehr so, dass ein Articary Level 5 bis 6 ist, während der Midlaner und Soda-Laner gerade mit Level 4 erreicht. Ja, das stimmt. Sehr wichtige Änderung. Ich finde es halt krass, weil früher haben sie versucht, wirklich IDCs aus dem Jungle zu verdrängen. Jetzt sagen sie, okay, ist so. Wir lassen sie drin. Ja, ich glaube, sie haben eingesehen, dass es nicht möglich ist. Ja. Dass man das komplette Game komplett umschmeißen muss. Ja. Was ein bisschen schade ist, es wird halt schwerer für dich, da die Carries im Jungle. Gerade für die Solo-Q wird sich das auswirken. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie schön, weil das ist was, was nicht unbedingt, was dieses MOBA auch besonders macht, ja. Ja, das stimmt. Zumindest jetzt derzeitig. Ja, im Gegensatz zu League of Legends, wo es halt oftmals so war, dass man irgendwie sieben Jahre auf der gleichen Lane gewesen ist und hier kann man halt wirklich mehr machen. Ist wirklich gut. Ja, genau. Kommen wir zu den Türmen. Team XP bei der Zerstörung eines Tours verringern sich von 300 XP pro Person auf 200 XP. Um den Drittel. Das ist eine Menge. Das ist viel, aber das hilft halt auch, um Early Snowballs irgendwie so ein bisschen zu reduzieren, dass beide Teams ein bisschen mehr Chancen haben, vor allem Teams fürs Late Game. Ja. Sehr kluge Änderung. Also es verlangsamt das Spiel, nachdem wir bisher immer Beschleunigungen gelesen haben mit diesen Patchen. Starker Schild wechselt während der ersten drei Minuten in einem Spiel das erste Turm auf der Darkslayer-Bahn mit 50% Schadenreduktion. Der erste Turm in der Darkslayer-Bahn hat in den ersten drei Minuten 50% Schadenreduktion. Der Turm in der mittleren Spur hat 50% Schadensminderung für die ersten sechs Minuten. Wow. Das ist krass. Das ist krass. Der Mittler, also wir sagen es in unseren Streams immer wieder, der Mid-Tower ist der wichtigste Tower, weil der Tower die Map eröffnet. Weil ihr damit einfach in die, in den Gegner-Jungle reinkommt, ihr habt mehr Escape-Routen, ihr habt mehr Bewegungsfreiraum auf der Map. Und jetzt ist es sechs Minuten lang schwerer, den mittleren Tower zu nehmen. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig, heftig. Okay. Da hingegen wird das Game halt wieder länger. Da ist es halt dann auch wieder schwieriger. Ich muss sagen, mit den aktuellen Jungleern ist mir aufgefallen, dass trotz der 50% man nach dem ersten Kill teils die Top-Land-Tower nehmen kann, mit zum Beispiel La'iri, die Auto-Tex resettet oder mit Ryoma. Aber in der Mittleren ist es halt schwerer, weil es ein zentraler Tower ist, wo halt alle schnell hin können. Ja. Finde ich aber, das ist immer eine gute Änderung, weil es ein Snowballen ein bisschen auffällt. Man kann nicht mehr ohne weiteres in den Gegner-Jungle reingehen, wenn man den ersten Tower genommen hat und halt den Gegner-Jungler komplett aus dem Spiel nehmen. Ist eine gute Änderung. Also gerade für Competitive ist es eine coole Änderung. Und für Solo-Geo, ja, gefällt mir. Nur so mit. Geht's weiter. Zu den Schergenwellen, also zu den Minions. Man kennt sie. 50 ist Gold. Vom Treffer wurde von 30% erhöht auf 40. Das passiert nur, wenn ihr sie last hättet. Also wenn ihr den letzten Eingriff macht, dann bekommt ihr mehr Gold. Es wurde schon im letzten Patch von 20 auf 30% erhöht und jetzt von 30 auf 40%. Das heißt, ihr werdet dafür belohnt, wenn ihr euch in der Lane anstrengt. Finde ich gut. Ja, also konzentriert euch. Macht auch einen großen Unterschied über die Zeit. Also fährt sehr stark ins Gewicht mit kleinen Items. Minions-HP verstärkt sich, je länger das Spiel geht, auf bis zu 7,5%. Krass. Das ist einiges. Ja. Das heißt, die werden auf jeden Fall auch stärker. Was auch gut ist, weil das verlangsamt den Snowball. Ja. Man kann halt nicht mehr, also es ist auch gut gegen Champions wie Kali. Man kann halt nicht mehr ohne weiteres mit einer Ultimate eben alles komplett wegclearen und man braucht nur die halbe Ultimate dafür. Sondern man muss jetzt halt mehr Zeit aufwenden, um Minion-Waves zu clearen. Man kann also nicht mehr so gut turtlen. Das ist für die Seite der Person, die ihr hättet, eigentlich besser, oder? Sehe ich das falsch? Eigentlich ja. Ja. Also da wird das Spiel wieder beschleunigt, nachdem es eben entschleunigt wurde. Mhm. Aber es ist eine gute Änderung. Minion-HP, Verstärkungslimit erhöht. Ach, es gab ein Limit, was sie maximal erreichen konnten. Genau. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und das wird jetzt halt auch erhöht im Late-Game. Ist es halt, das hatten wir vorhin angesprochen gehabt mit dem Drachen, dass sie verhindern wollen, dass Leute wirklich turtlen. Mhm. Und immer nur noch die Waves clearen. Es wird schwieriger, weil Minions einfach alle stärker werden. Ja. Finde ich aber gut. Gerade wenn man gegen sowas wie Violet und Liliana spielt, du kannst 20 Kills behind sein und das Game für 10 Minuten stallen. Genau. Außerdem, was auch noch dazu bei, die Geschwindigkeit der Minions wird auch erhöht. Nach 10 Minuten erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit der Minions und ab 18 Minuten haben die 26 Prozent mehr Geschwindigkeit. Macht das Spiel schneller. Finde ich gut. Ist gerade für Split, also für Leute, die Split pushen, sehr gut, weil man halt besser über die Blame berufen kann. Oftmals steht man ja einfach kilometerweit vor den Minions. Vor den Minions. Ja, ist eine gute Änderung. Hilft auf jeden Fall. So, Heldentötung. Gold-Belohnung für ein Kill wird während des gesamten Spiels von 200 Gold verringert auf 150 Gold für Helden. Level 1 bis 3. Und 200 Gold für Helden über Level 4. Uh, das ist big. Ja. Also für Competitive weniger, weil wenig getradet wird. Also Simshu Sachsen-Sams Stream immer wieder auf der Solo-Lane zum Beispiel einfach nicht traden, sondern farmen. Ja, versucht einfach nicht zu sterben. Genau. Und gerade für Solo-Queues ist das eine große Änderung, weil Level 1 bis 3, wenn man da einen Kill holt, ist man eigentlich, hat man die Lange in 90 Prozent der Fälle gewonnen. Ja. Und das wird jetzt ein bisschen verringert. Ist eine gute Änderung. Auch das Blut vom First Blood, also vom ersten Kill, wird um 25 Prozent reduziert, von 100 Gold auf 75 Gold. Und die XP, die man bekommt für die ersten Kill, Level 1 bis 3, wird ebenfalls reduziert. Das heißt, der Snowball wird da sogar ein bisschen zurückgeschraubt, ne? Ja. Und das ist halt das Gute. Ich finde, das Snowball ist halt teilweise echt krass in dem Spiel, ja? Ja. Also wenn du ein gutes Team hast und du hast First Blood gegeben, du hast verloren. Ja. Du kannst einfach nicht mehr gewinnen. Das stimmt. Gerade gegen Champions wie Aeria oder Suka, wenn die auf der Solo-Lane sind und die das First Blood haben, du kommst davon nicht mehr zurück. Du brauchst halt wirklich viel Hilfe von dem Mid-Lane oder Jungler. Solo bist du auf der Lane dann schlichtweg verloren. Ja, genau. So, generell XP und Gold. Oh, das ist ein bisschen mehr. Die Comic-Mechanik wurde geändert. Alle Helden auf einer niedrigeren Stufe als der Helden auf der höchsten Stufe erhalten 50 Prozent mehr XP durch Kills, Assists, Minion Waves, Jungle Monster und Turm-Kills. Wenn sie um zwei Level und 100 Prozent mehr XP zurück sind, wenn du ein Level hast, freundliche Helden, die niedriger sind, also das war es vorher und jetzt ist es so, freundliche Helden, die niedriger sind als der Durchschnitt aller, oh, der Durchschnitt, nicht der höchste, das ist gut. Alle gegnerischen Helden erhalten 40 Prozent mehr XP, wenn ein Level hinter dem gegnerischen Durchschnitt 80 Prozent mehr, bei zwei Level 100 Prozent, bei drei Level. Das ist krass. Ja, das ist echt heftig. Das ist einfach Chancengleichheit, ne? Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du einen Spieler hast, der extrem gut ist, guck dich mal Wechs Videos an, der teilt Level 15, das während seine Teammates Level 11 sind, wird der nicht mehr gepunished, weil er so weit vorne ist, weil das Durchschnittslevel genommen wird. Nicht mehr das Level von der Person, die am besten dasteht. Das ist sehr, sehr gut. Also das ist für mich die beste Endung. Ja, ich muss sagen, die machen einen richtig guten Job. Ja. Die ganzen Kramsbalancen, echt. Erhöht die passive Verstärkung von 4 pro Sekunde, 5, 6 Minuten, 5 pro Sekunde, blablabla, von 6 Minuten auf 5 pro Sekunde. Oh, die XP-Verstärkung wird einfach um 1 angehoben pro Level. Finde ich auch in Ordnung. Also man erreicht schneller Max-Level, man kann besser im Late-Game fighten und man kann auch wieder besser zurückkommen, weil man halt mehr XP bekommt. Erhöhung des passiven Goldgewinns von 2 pro Sekunde während des Spiels auf 2 pro Sekunde vor 6 Minuten. Uh, das ist krass. Auf 3 Gold nach 6 Minuten. Oh, das ist richtig krass. Das ist vor allem sehr, sehr früh schon. Das ist richtig früh. Da ist noch nicht mal der Slayer gespawnt. Ja. Der kommt ja jetzt nach 10 Minuten, 11 Minuten? 8. Nach 8. Nach 8 Minuten. Oder? Ja. Irgendwie so. Ja, nach 8 Minuten. Und nach 10 Minuten eine große Rolle. Jeder hat schneller Gold allgemein. Wirklich. Auch viel Gold. Ihr müsst es ja hochrechnen. 60 Sekunden, eine Minute. Das ist 60 Gold. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist wirklich eine coole Änderung, die auch beiden Teams wieder hilft. Also es ist nicht so, dass ein Team bevorteilt wird, sondern man hat halt wirklich ... Ja. Also im Endeffekt gleicht es sich aus, aber es ist halt ein großer Vorteil. Vor allem für Helden, die snowballen müssen. Die nicht snowballen, sondern ... Late Game? Ja, genau. Die skalieren müssen. Zum Beispiel eine Violet. Die sowieso super stark wird. Omnipräsent im Patch. Ja. Außerdem, was Omnipräsent sein wird, ist Ausrüstung, die Blitzklinge. Oh, ja. Simpsons absolutes Lieblings-Item. Absolutes Lieblings-Item. Baue ich auch auf Critlumbur im Jungle. Wenn das nicht weiß. Ja, auf Critlumbur. Ja. Dann würde ich sagen, kümmer du dich mal um die Blitzklinge. Preis. Erstmal. Der Preis reduziert um 240 Gold. Das ist so viel. Ja. Außerdem, es wird mit anderen Items gebaut. Das ist aber doch komplett egal. Obwohl gar nicht so egal, weil ihr baut jetzt ein Shuriken, was auch verändert. Was sehr, sehr gut ist. Erstmal habt ihr verringerten Angriff. 50. Ihr habt erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Das heißt, es ist vor allem für Helden mit Angriffs ... Mit Autotext sehr, sehr gut. Die Autotext basiert sind, wie Telanas, Jorn, Valhain. Valhain. Der wichtigste Champion. Der wichtigste von denen, Valhain. Und die Passive-Hirt überarbeitet. Ihr habt jetzt nicht mehr 8 Sekunden Cooldown, sondern nur noch die Hälfte. Extrem krass. Außerdem macht ihr keinen physischen Schaden mehr damit, sondern magischen Schaden. Auch krass, weil normalerweise baut man einfach Rüstung gegen AD-Carries. Pustekuchen ist jetzt nicht mehr so einfach. Ihr baut jetzt ein bisschen Magie. Müsst ihr es einfach haben. Weil der Schaden ist nicht gering. Der macht nämlich 100. Und auf höchster Stufe macht er 170. Nee, sogar mehr. 200 ungefähr. Ja, ungefähr 200. Über 200. Und der Schaden wird verdoppelt, wenn er von AD-Carries benutzt wird. Gönnt euch das. Krass. Jetzt verstehe ich auch immer erst mal komplett, warum so viele Leute sagen, dass Valhain extrem stark wird. Ja. Mir war das nicht bewusst, dass es noch mal verdoppelt wird auf Distanz. Das hatte ich beim letzten Mal in Schaden überlesen. Krass. Und ich glaube, die Passive ist auch noch dabei, dass wenn du ein Auto-Attack machst, die ein bisschen resettet wird, um eine Sekunde. Mhm. Ja, das ist auch noch dabei. Aber das müsste ja eigentlich echt rausgehen, wenn man die Hälfte... Eigentlich müsste es rausgehen. Ich hoffe, dass es rausgeht. Ansonsten ist das Item... Letztes Mal war es noch mit dabei. Ich hoffe, es geht raus. Aber das Item wird eigentlich auf fast jedem AD-Carry einfach gebaut. Auf Violet nicht, weil die profitiert nicht davon von Auto-Tacks. Aber ansonsten... Auf Lindis wird es auch nicht gebaut. Wird es echt nicht gebaut? Nee, du baust keine Tag-Speed gar nicht. Okay. Aber Teller, Nass, Jorn. Mögen hier wahrscheinlich viele. Das ist beliebte Helden einfach. Baut das Item. Slims baut das Item. Fennek baut das Item. Murren. Ja, baut das Item. Macht das. Jetzt kommen wir zum Teil-Item, wo man es jetzt draus baut. Schurigen. Das ist auch übrigens eine sehr, sehr große Relevanz auf der Solo-Lane-Gewinn wird, weil es einfach stark wird. Gold-Reduzierung von 980 auf 750 Gold. Das kostet nichts mehr. Angriffsgeschwindigkeit wird dafür reduziert um 5%. Und die Passive wird reskaliert. Und normale Angriffe... Das erste ist vorher, das zweite ist nachher, ne? Ja. Oh, krass. Also Base-Damage ändert sich nicht. Allerdings der Schaden, den man pro Helden-Level bekommt, wird verdoppelt. Was ziemlich viel ist dafür, dass es Gold-Reduziert wird. Gerade auf Champions wie Omen, Kill-Gold. Echt nicht zu unterschätzen. So Auto-Attack-basierte Solo-Laner. Ich denke, auf so Auto-Beteck- und Solo-Lanern kannst du das Item auch schnell einbauen. So nach deinen Sonic-Boots zum Beispiel, weil es einfach... Ja, kannst einfach mal reinschmeißen. Vor allem für Attack-Speed-basierte. Das ist halt sehr, sehr gut, ne? Ja, du musst es nicht ausbauen, weil das Item in und für sich ist schon schlüssig. Es ist einfach schon... Es ist schlüssig. Ruhm der Ahn wird aus dem Spiel entfernt. Oh, kann man sich nicht wiederbeleben. Ach, kann man doch. Ach, kann man doch. Denn es gibt weniger Ewigkeit, eine komplett geile Glebe. Oh, das... Weißt du, ähm... Ja, wir müssen wieder anfangen. WoW. Ah, geil. Holy shit, das Item. Alles stinktig. Lade ich gerade im Hintergrund runter, by the way. Das heißt, 2400 Gold. Das ist echt viel. Ja. Ist nicht wenig, aber das Item ist auch broken AF. Ja. Muss ich sagen. Es kostet jetzt 160 Gold mehr, aber dafür ist es auch fünfmal so gut. Erstmal Rüstung gibt es. Es gibt kein Leben mehr. Es gibt jetzt wieder Rüstung. Wunderbar, finde ich. Denn wenn ihr das Item habt, ihr werdet eigentlich getötet. Meistens von Mili ist ja... Ja. Ist nicht unbedingt ein Mage, der euch jetzt wegpokt. Kampfgeist. Passive. Zehn Prozent mehr Schaden. Aus allen Quellen. Das ist insane, Alter. Zehn Prozent. Das ist unglaublich viel. Der Slayer-Buffer. Damals 30 Prozent. Ihr habt dauerhaft ein Drittel vom Slayer-Buff. Einfach so. Das wird auf fast jedem Item, äh, auf fast jedem Helden, der Schaden macht, baust du das Item. Das passt auch perfekt zum Nackrot übrigens wegen des Aussehens des Items, ne? Ja. Muss ich noch, muss ich noch mal erwähnen. Bauen, 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 bauen. Auf jeden Fall. Allerdings Nirvana, zwei Sekunden nach dem Tod mit 2000 plus 100 pro Helden-Level wiedergeboren. 150 Sekunden Abkriegzeit. Diese Passive kann nur zweimal proggen. Im kompletten Game. Ist sie zweimal geproggt, kann sie nicht mehr proggen. Aber 10 Prozent mehr Schaden. 10 Prozent mehr Schaden und außerdem, ich hatte jetzt nicht so viele Spiele, dass ich, die wenigsten Spiele habe ich zweimal einen Progg. Also dreimal quasi, ja. Ja, die wenigsten Spiele. Ja. Habe ich jetzt gehabt, wo ich zweimal gestorben bin damit. Darum ist es okay. Ich denke auch. Und es gibt hier, was ich cool finde, es macht, es halt einen ein bisschen weniger im Early-Game und erst im Late-Game macht es einen Unterschied. weil er ist ab Level 10, also ab Level 11 heilt ihr euch mehr als der alte Ruben der Ahn. Ja. Denn der hat nämlich euch um 3000 geheilt und da ihr jetzt 100 pro Helden-Level bekommt in der Retrospektive nach Adam Riese dann heilt. Ja, 10 Prozent auf alles. Auch auf Tiernahrung. Finde ich krass. Freut mich. Also das Item will ich auch auf Nackrot bauen, weil es einfach passt. Das muss gebaut werden, weil es, hallo, das ist eine Waffe quasi. Mit so einem kleinen Gesicht drauf sehe ich gerade. Siehst du das? Mit so kleinen Eulchen. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Eule. Und da oben drüber so ein Rape. So ein Eulengesicht, was einen Rabenhut auf hat. Oh, ist cool. Freut mich unglaublich. Und hinten ist auch ein Phönix hinter als Vogel-Item auf jeden Fall. Barith Agony wird ebenfalls überarbeitet. Sehr gut, weil bisher ist es useless das Item, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe es vor zwei Seasons auf L'Oreal in dieser Full-Tank-Meter gebaut, aber ansonsten auch nicht. Änderung. Der Änderung des Zauberschadens von 4 Prozent der aktuellen HP des Ziels bis zu 80 gegen Gegner-Monster. 1,2 Sekunden Abklingzeit. Das war es vorher. Auf drei Sekunden lang drei Prozent des aktuellen HPs pro Ziel bis zu 80 Prozent gegen Magie. Bis zu 80 Prozent gegen Magie. Monster? Monster. Reduzierung gegen Monster. 80 Prozent nur. Ja, aber die Magie ist ein bisschen komisch. Aber ist ja auch egal. Übersetzer. Übersetzer. Ja, 300 Euro. Wow. Wasted. Sehr, sehr gut. Finde ich auch cool. Der Burn-Effekt. Sehr, sehr gut. Vor allem in der aktuellen Tank-Meter. Ja. Ist eine schöne Änderung. Ich glaube, dass das Item trotzdem nicht Omnipräsenz dadurch gewinnen wird, muss ich gestehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird schon nicht schlecht. Ja. Muss man sehen. Du musst dir auch überlegen, auf jeden Fall das baust, ne? Weil im Moment hast du nur Broke-Mages und Abklingzeit von drei Sekunden ist halt eine Menge, ne? Ja, ja. Aber auf Rest passt es perfekt. Ja, das stimmt. Weil jeder Feuerball das machen würde. Und es dir noch CDR gibt. Ja. So gut wie jeder Feuerball eigentlich. Oh, das ist ein krasser Bass für Rest. Stimmt, habe ich so. Habe ich noch gar nicht gesehen. Wenn du zwei Sekunden Cooldown hast und drei Sekunden da, kannst du eigentlich jeden Feuerball das Ding haben. Ja. Weiter geht es mit dem Virtuous Armband. Virtuous Armband, man kennt das. Ich denke, ein Item, was die wenigsten von euch bauen, eins für Supporter bei uns und es wird auch immer wieder gefragt, das ist ein gutes Support-Item. Competitive, ja, Solo-Q. Ne. Schauen wir uns mal die Änderungen an. Preis wird reduziert um 300 Gold, was schon ordentlich ist. Abklingzeit wird reduziert auf 5% von 10, also um die Hälfte. Und die veränderte magische Angriff plus 60 wird zur Fähigkeitsstärke plus 60. Verstehe ich nicht. Ne, das macht auch keinen Sinn für mich. Auf jeden Fall habt ihr AP drauf. Dafür weniger Abklingzeit. Verliert es vielleicht, weil es hier nicht beisteht, verliert es vielleicht die Passive mit dem Mana Rack. Das kann sein. Das könnte sein, weil wenn es die Passive mit dem Mana Rack verliert, ist das Item wirklich nur noch ein Teil-Item. Vorher hat man es ja teils sogar gebaut und mit sich rumgetragen, weil es einfach sehr viel Mana wiedergegeben hat auf Supportern. Aber wenn es diese Mana, also die MP5 verliert, dann ist es wirklich nur noch ein Teil-Item, was man irgendwie möglichst spät baut, weil 5% CDR sind nichts, was man haben möchte. Es ist halt ein echt schlimmer Wert, weil es euch nichts bringt. Oder wenig bringt. Und dann geht es auch weiter zum einzigen Item, was man, glaube ich, daraus gebaut hat, zu der Tugendheitskette. Übrigens super geiles Artwork. Ich feiere das übrigens. Die Farben sind richtig schön. Das sieht echt gut aus. Preisreduzierung um 60 Gold resultiert natürlich aus der Halskette. Und die Attribute sind Fähigkeitsstärke wurde von 140 auf 160 erhöht. Abklingzeit wurde von 20% auf 10% reduziert. Allerdings wissen wir jetzt nicht, ob es noch weiterhin Mana gibt, weil das da oben nicht aufgelistet wurde. Und ob das die Passive verliert. Weil wenn es die Passive und Mana verliert, ist das nicht so cool. Aber es bekommt 75 Pen. Ja. Was krass ist. Das ist mega krass. Weil du ja auch schon Pen durch den Buff bekommst. Aber das ist halt, weil die Hekates Krone weg ist. Nee, der Hekates Krone ist weg. Du hast nur noch Stab des Null vorher gehabt und jetzt den Drachenbuff. Und die Boots. Ja gut, das stimmt. Hm. Ich kann es null einschätzen, ob es verwendet wird oder nicht, weil ich habe das Gefühl, dass das Item dir zu wenig gibt. Ja. Weil die 20% CDR waren vorher wirklich ein Hauptkaufgrund, weil 20% CDR auf dem AP-Item einfach geil ist. Ja. Und jetzt 10%, da kann man eher über Baris Agony nachdenken als über das Item. Ich finde es schlimm. Das ist auf jeden Fall eine Alternative zu bauen. Ja, das stimmt. Ich finde es schwer einzuschätzen, ich kann wirklich nichts dazu sagen. Fahlst du schon was in der GCS gesehen hast? Haus, gerne raus. also ich habe, das war aber noch ganz frisch, als der Patch rauskam bei denen. habe ich mit Mimax, ich glaube es war Mimax, habe ich gesprochen in L.A. Und er sagt, Hanso baut es fast auf jedem Helden. Oh, krass. Aber keine Ahnung, wie es sich jetzt entwickelt hat. Man muss schauen. Ich werde auf jeden Fall Bilds raushauen, wie es geht, damit alle da sind. Der Name ist geil. Jetzt kommen wir zum Bogen des Gemetzels. Bogen des Gemetzels. 100 Gold weniger. Punkt. 100 Gold mehr. 100 Gold mehr, sorry. Punkt. Ja, ist okay. starkes Item. Ich kaufe es nicht so oft, ehrlich gesagt. Man stirbt meistens, bevor man es irgendwie richtig verwenden kann. Das ist das Problem. Man stirbt meistens nur, wenn man gestunt wird und dann ist man so oder so tot. Ja. Ist okay. Ich weiß, bringt nicht viel, glaube ich. Wenn du das Item baust, bist du im Late Game und hast du eh so viel Gold in der Erde geschmissen. Auf Murun baut man das Item relativ early. Das stimmt. So, Jäger, Jäger am Brust, 5% mehr LP. Krasse Sache. Aber auch notwendig, weil wir haben ja eben gelesen, dass die Buffs weniger XP geben, außer die Camps, die ein bisschen mehr geben. Aber dadurch kann man halt trotzdem weiterhin, das was ich eben angesprochen hatte, für Invade-Jungle-Routen gehen, wenn man den Aldi-Carrie disrupten möchte. Finde ich eine coole Änderung. Ich weiß nicht, wie krass es sich auswirken wird, weil Prozentzahlen, wenn vorher Flat-Werte runtergenommen werden, muss man mit mal gegenrechnen. Das werden wir jetzt nicht machen, weil da hätten wir uns vorbereitet für ein bisschen. Sonst seien wir ehrlich. Wir sind natürlich sehr gut vorbereitet, wie man sieht. Wir haben 600 Euro gezahlt für die Übersetzung. Ach ja, stimmt. Weil, wisst ihr, unsere Vorbereitung ist Geld, weil wir jetzt YouTuber-Twitch. Ja, wir wohnen auf unserer Finca in Mallorca, ne? Ja. Ich ziehe übrigens um nach Fiji, also habe ich mir gelegt. Ja, nice. Ja, mach das. Hab ich was Günstiges gefunden. Fiji-Wasser ist, glaube ich, gut, hab ich gehört. Ja. Und alle Jungle-Ausrüstungs-Upgrades, das heißt, wie alle, ist ein Item. Ha. Monster, okay. Okay, die passive von dem Teil-Item von Lokis Fluch wird verändert anscheinend. Einmalige passive Gejäger. XP beim Besiegen von Monstern wurde von 30 auf 35 Prozent erhöht. Ein weiterer Buff für Zill, weil es quasi der einzige ist, auf dem man es baut. Krass. Also Zill ist witzig. Krass, nur das Item? Nur das Item. Alle, alle. Steht da. Ach so, alle. Okay, dann war das. Monster-Fluch-Greuz-Spatter, Mr. Stabby-Fliss-Tender-Wind-Blabber-Blabber-Blabber. Ah, okay, dann habe ich das noch ein bisschen falsch interpretiert, wegen des Bildes. Finde ich immer, problematisch, weil wir haben ja eben über die Jungle-Änderung gelesen, dass man ein bisschen langsamer snowboardt, aber im Endeffekt wirkt man damit dagegen. Im Endeffekt ist es nicht so viel. Nur der Jungler wird schneller snowboarden wieder. Ja. Alle anderen nicht. Gerade wenn du snowboardst als Jungler und das Item früh kaufen kannst. Oh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und wenn du dann mit Counter-Jungle kannst etc., du ballerst wieder durch die Decke. Ist wieder gut für Lindes. Ich muss zum Beispiel sagen, ich habe in letzter Zeit das Item nicht als erstes ausgebaut, sondern immer den Hammer, der dabei ist, das 450-Gold-Item. Und jetzt ist es wirklich eine Überlegung wert, das Item zu kaufen, damit man halt diese XP mitnehmen kann, um eine Level-Advantage aufzubauen. Damit wird das Spiel sogar ein bisschen langsamer, weil man halt nicht mehr so einen krassen Early-Power hat für Invades und Ganks. Glaube ich fast. Verstehst du, was ich meine? Ja, das konnte gut sein. Aber ich weiß es nicht. Es ist halt für Farm-Jungler extrem stark. Für Adi-Kirch, ja, das stimmt. Die Jungle-Änderungen sind sehr schwer einzusehen, weil halt so viel getrennt voneinander leider aufgelistet wurde, dass man halt jetzt nicht mehr so direkt eben hoch- und runterscrollen kann und das vergleichen kann. Also ich kann es schwer predikten, ich würde sagen, die Zeit wird es zeigen. Ja, wir gehen erst mal auf was Auffälligeres. Die auffälligen Stiefel. Oh, ist denn das eigentlich Balenciaga? Krass. Echt? Aus der zweiten Kollektion, oder? Ja. Ja, man sieht es dann mit goldenen Streifen. Ja, und Preis wurde halt erhöht. Merkt man das. Ja. 7 oder 10 Tacken kostet das Ding und 5% mehr Abdeckungsgeschwindigkeit. Heftig. Das einzige Item, was... Wait. Macht das Sinn? Ich gucke gerade mal, Magic-Preis für CDR sind... 5% CDR kosten 230 Gold. Das ist so ein Buff. Ein krasser Buff. Ja, ein krasser Buff. Ein richtig krasser Buff. Holy shit. Das ist ein richtig krasser Buff, wenn man das goldtechnisch umrechnet. Macht das die Item jetzt... Macht das die jetzt zu guten Schuhen? Ja, ich hab's öfter gesehen. Auch mit Lane. Ja, ich wollte das sagen. Teilweise Liliana und so weiter bauen das Ding früher. Auch wo wir beim Thema sind. Russ. Ja, Russ zum Beispiel. Und auch Jinner. Ich glaube, ich kann's mir auch auf Jinner vorstellen, weil weniger... Vor allem hast du ja teilweise ja, L'Oreal. Ja. Auch wenn man sie nicht spielt. Hallo, ich hab's sogar in meiner Build drin, die ich spiele. Ja. Aber coole Änderung. Also ich find's gut, dass man auch mal die Schuhe angeht, weil wir haben irgendwie selten bis gar keine Änderung an Schuhen gehabt. Und die auffälligen Schuhe kauft man niemals. Ich kenn keinen, der die kauft. Ja, ich hab's ja auf L'Oreal, aber das ist halt auch, wenn ich Mitte bin nur, und das ist halt sehr gut. Ja, aber wie gesagt, das kauft keiner, weil jemand spielt L'Oreal. Der Einzige, der es echt gekauft hat, auch als Symmeter war, war Tiamo mit seiner CDR-Bild. Ja, das stimmt. Ansonsten gab's echt niemanden, der es gebaut hat. Ja, jetzt kommt eine krasse Änderung. Der Bug, der ewig da war und super OP. Aegis. Das war der Fehler behoben, durch den die Reduzierung der Angriffsgeschwindigkeit von Unique Passive nicht gegen Iron Body Helden. Was sind Iron Body Helden? Ich meine, das ist das Ding. Ich werd mal die Übersetzung kurz aufmachen. Warte mal, ich scroll grad auch mal runter. Es tut mir leid für den... Ich hab ein Follow bekommen. Vielen Dank für den Follow. Warte, ich guck mal, was wir es waren. Mein Follow-Alert geht übrigens niemals aus. Ich hör den auf, wenn ich andere Spiele zocke. Merkwürdig. Hier steht auch Iron Body Heroes im Englischen. Meinen sie damit, dass man... Fettes Lamp, vielen Dank für den Follow. Meinen die damit, dass man nicht mehr Aegis und Bollwerk stacken kann? Aegis und Schild der Verlorene stacken kann? Ich meine, das muss es sein, weil das ist ja... Ich denk, das ist das... Das ist das Einzige, was Sinn macht. Das Einzige, was Sinn macht, ja. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es gerne in den Kommentaren. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich fänd's gut, wenn das der Fall ist. Ich hab's jetzt öfters auf A rumgebaut, als ich sie gespielt hab am Anfang und das ist... Es ist traurig zu sehen, wenn so ein Nackraut an dir dran steht und in Slow-Motion angreift und du so quasi mit dem Finger die Autotext nachführen kannst. Das stimmt. Gehen wir weiter zu Asterians Buckler. Wurde das ein Spiel entfernt. Ja. Aber... Jetzt kamen Supporter gar keine Items mehr. Pustekuchen. Supporter mehr Items als alle anderen. Ja. Ich scrolle hier grad schon mal runter. Da seht ihr, es sind ein paar Items, über die wir jetzt sprechen werden. Da wird sich so... Boah. Da wird sich so viel ändern. Okay. Ihr müsst verstehen, Leute. Wir sitzen hier schon zwei Stunden. Ich würd sagen, holt euch Popcorn, denn allein nach den Support-Items werdet ihr den ersten Topf weghaben. Mindestens. Mindestens. Und es gibt nicht mal ne Werbeunterbrechung. Also könnt ihr... Sicher? Vielleicht schneid ich ja noch was. Okay. Kommen wir zum Windstein. Neues Item. Sieht ziemlich unspektakulär aus. Preis 300 Gold. Attribute. Bewegungsgeschwindigkeit plus 5%. Mana-Rack plus 8. Auf alle 5 Sekunden heißt das dann. Und einmalige passive Lohn. Erziele alle 3 Sekunden 5 Gold oder XP, wenn du mindestens Gold oder die niedrigste Stufe in deinem Team. Krasses Item. Du kannst besser roam. Du kannst der Mana besser managen. Und du bekommst diese passive quasi, weil du halt eh im Underlevel des Fuck bist. Ich meine, als Supporter bist du immer weit hinterher. In der Solo-Cube, wenn du ein schlechtes Game hast, bist du halt auch mal 5-Level hinterm Jungler, wenn du wirklich schlechtes Game erwischt. Und das ist halt mega nice. Was man dazu sagen muss, es kann nur ein einziger in dem kompletten Team in einem Support-Item kaufen. Nur einer. Ja. Also nicht trollen, ne? Passt auf, was du kaufst. Nicht trollen. Da sehe ich halt immer so ein bisschen, ah. Ja. Wenn dann einer sagt, okay, ich bin a licensed da und er denkt, oh, da kriege ich Gold und ich kaufe das, weil er keine Ahnung hat und sich das nicht durchliest. Und der Supporter steht dann doof da. Das passiert halt, ne? Ja. Es steht hier auch übrigens nirgendwo drin, dass man die Items nur einmal kaufen kann. Interessant auch. Ja. Aber gut, dann kommen wir weiter zum Wasserstein. Sieht schon ein bisschen cooler auf, hat ein bisschen mehr Farbe. Gefällt mir. Preis, der gleiche. 300 Gold. Attribute. Regenlegiert. HP Regen plus 20. Mana plus 10. Uh. Er teilt ein Stapel dieses Buffs alle 30 Sekunden für maximal zwei Stapel. Wenn ein Diener in der Nähe von 8 Metern getötet wird, wird ein Stapel verbraucht und der nächste Verbündete erhält 15 Gold und 40 XP. Krass. Das ist ja quasi Coin aus League of Legends. Ja. Diener sind, by the way, nur Minions und keine Jungle Mode. Das Item macht Timi um ... Das Item auf Timi? Huh. Weil ich meine, du hast halt noch ein höheres Gold Income, was du damit generieren kannst, was nicht zu unterschätzen ist. Ja, genau. Alle 30 ... Aber das hast du jetzt ... Hast du das nur auf dem? Ich schau mal. Nee, das hast du nur auf dem. Warte. Wenn ein Diener verbraucht, wird der nächste Verbündete ... Ach, ist mit dem nächsten Verbündeten der Champion gemeint oder jemand neben dem Champion? Was steht da in der englischen Übersetzung? Wir scrollen gerade mal runter. Sorry für den Auge, wenn ich so schnell scrolle. Nearest ally is granted. Das ist eine schwere Formulierung, denn auch bei der Formulierung bei Aegis stand das, glaube ich, auch drin. Und das hat dich mit einbezogen. Es ist schwer einzuschätzen, bedingt durch die Passive. Wenn die Passive wirklich einem Verbündeten 15 Gold gibt und 40 XP, starkes Item, keine Frage. Gerade auf Tank-Supportern. Und vielleicht sogar auf Timmy, dass man sagt, ich verzichte auf 5% Bewegungsgeschwindigkeit, dafür, dass ich halt noch mehr Gold generieren kann, was halt seine Stärke ist. Ja, das stimmt. Und gerade wenn ein Gegner dieses Item kauft und Timmy das Item nicht kauft, dann negiert das ja so ein bisschen seine Passive. Aber man muss es halt auch immer abteilen. Und da musst du immer mit deinem Stapeln auf der Lane, weil du hast ja ein Roamer. Du hast ja nicht unbedingt jemand, auf der Lane ist. Aber als Roamer stehst du ja viel in der Mitte auch, dass du einfach mal eben kurz reinläufst. Du kannst es halt sehr, sehr gut dem Mid-Liner geben. Beziehungsweise du stehst immer mit deinem Carries, ne? Von daher läuft das eigentlich. Cooles Item. Sehr interessante Mechanic, dass man das in das Spiel reinbringt. Finde ich wirklich gut. Ja. Kommen wir weiter zum Windrider-Talisman. Boah, das Artwork ist gelungen. Die haben sich Mühe gegeben. Mega. Das Artwork sieht so aus wie so eine Sperrspitze. Das ist richtig cool. Gefällt mir echt gut. Preis 850 Gold. Handwerk, Windstein und leichte Rüstung. Attribute 175 Rüstung. Das ist eine Menge. HP Rechant 40? Und ihr müsst überlegen, das Ding kostet nur 850, ja. Sorry, dass ich hochscrolle. 5% Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, die bleibt erhalten. Die wird nicht nochmal gewerft. Puh, zum Glück. Trotzdem, sehr, sehr krass. 5% Bewegungsgeschwindigkeit, 40 HP 5. Dazu vielleicht nochmal so ein grünes Steinchen reinwerfen, was man für Gaias eh meistens kauft als Support in Solo-Q. Sehr viel HP Regen. Dazu noch Benevolence Arcana, die man eigentlich auf fast jedem Champion läuft. Einmalige Passive Lohn. Alle 3 Sekunden. Ah, okay, das haben wir schon mal eben gehabt. Das ist die gleiche Passive. Und eine weitere passive Unterscheidung. Erhält nach einem Tötungsversuch oder einem Assist 30% Gold und XP. Was ist denn ein Tötungsversuch? Ich denke einfach ein Kill, oder? Ich glaube, wenn du stirbst und die Person danach stirbt, das wäre jetzt für mich sinnvoll, oder? Und was steht im Englischen drin? Nee, Kill. Einfach nur Kill. Einfach nur Kill? Ah, einfach Kill. Okay. Du kriegst mehr Gold und XP für Assists und Kills. Das hilft Supportern, dann sind sie nicht mehr so extrem unterlevelt. Das ist mega gut. Das hilft der Rolle vor allem. Das ist richtig cool. Starkes Item, vor allem günstiges Item. 850 Gold ist eine Sache, die man als Supporter auch irgendwie managen kann. So wie Ritterrüstung. Kriegst du zusammen, ja. Ja. Man kauft dir echt teils sehr viele Teil-Items. Ritterrüstung ist das Beispiel dafür. Ein bis zwei von diesen grünen Kristallen, weil sie einfach ein hohes Gold-Value haben. Cool. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Ring sieht auch... Den Ring würde ich sofort noch schütteln. Der Ring des Sturms. Ja. Dann würde ich sofort tragen. Nice. Kostet auch nur 850. Fähigkeitsstärke 60. Mana Racken 20. 5% Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist nice. Peurer Alice. Da sehe ich das Problem, was du eben angesprochen hast, dass das Mages bauen könnten. Ja. Wegen der 60-Fähigkeitsstärke und 20 Mana Racken. Und seit es so billig ist, ja. Ja. Damit kriegst du einen Praetor super gut durchs Early-Geln. Könnte man sogar ernsthaft in Erwägung ziehen, das auf Praetor zu bauen, ne. So komisch das auch klingen würde. Genau. Und da ist halt, wenn du erziele, alle 3 Sekunden Gold, ja. Wenn du mindestens Gold oder die niedrige Stufe in deinem Team hast, das ist halt, der Effekt würde bei einem Mitleider nicht wirken. Ja. Aber er kriegt 30% mehr Gold und XP bei einem Kill. Was natürlich für einen roamenden Mitleider mega ist. Und es wird auch aus dem Windstein gebaut. Das heißt, man hat zwei Optionen, in welche Richtung man gehen kann mit dem Item. Ja. Wie davor auch. Ich finde es cool, dass man Optionen bietet, dass man nicht nur diese toten Items hat. Weil es gibt ja bei AP gab es ja tote Items, wie dieser Ring, den man nur in ein Item ausgebaut hat. Ja, genau. Und dass man da ein bisschen entgegenwirkt. Weil zum Beispiel Verteidigung, Ritterrüstung kannst du in zwei Items bauen. Den Astralsperr kannst du in drei Items bauen. Und das finde ich wirklich gut, dass man jetzt hier auch mehr darauf eingeht, dass man halt mehr Diversität ins Spiel reinbringt. Ja. Dann geht es zum, oh, auch schick. Auch schick. Das Teiltal ist, man. Ey, die haben wirklich einen guten Schmuck, Schmied. Wo sind die Teile? Goldschmied? Ja, Goldschmied. Goldschmied. Der wird das aus dem Wasserstein gebaut. Rüstung plus oder 20? Das ist auch richtig viel. Wait, wie viel gibt Ritterrüstung? Ich muss gerade mal die App aufmachen. Du kannst ja mal weitermachen mit dem Item. Ich kann schon. Ich habe es hier. Hast du schon? 210. 90. Ne, ich meine Knightsplate gibt 210, was 730 Gold kostet. Ja. Aber dafür einmeinige passive Hingabe, der Stapel-Effekt, den wir eben bereits hatten und Gezeitenkraft. Auch ein cooler Name auf Deutsch. Heißt es auf Englisch genauso cool. Checken wir es mal eben. Tidal. Tidal. Tidal Force, ja. Sehr geiler Name. Gefällt mir gut. Passt doch zum Icon. Ist jetzt total irrelevant, aber ich achte immer auf sowas. Es rundet das Ganze ab. So viele Support-Items. What? Gewährt Helden und nahen Helden verbündeten innerhalb von 600 Einheiten 20 HP Regen plus 1 pro Level und 10 Mana plus 1 pro 2 Level. Das erklärt vielleicht, warum der Support-Buff so gering ausgefallen ist. Ja. Weil das ansonsten sich, glaube ich, ganz schön stark addiert hätte. Mit solchen Sachen, ne? Ja, ja. Weil Supporter sowieso sehr stark werden jetzt. Ja. Supporter, die halt noch ADCaries unterstützen. Die ADCaries gewöhnt euch an ADCaries. Also, wir kriegen sie nicht los. Viel Spaß damit. Stromarmschienen. Oh, wieso sind das keine Blitze? Ah, das sind wahrscheinlich Strom von Meerstrom. Ah, es sieht auch aus wie ein Fisch, ne? Mit dem Mund. Ja, so ein bisschen. Sieht so aus wie so eine römische, wie heißt es diese römische Mythologie? Da gibt es ein Tier, was den Untergang bringen soll, was von Poseidon im Meer gefangen halten wird. Wenn ihr wisst, wie das Ding heißt und falls ihr Percy Jackson gelesen habt oder euch für nördische Mythologie interessiert, ne? Ab in die Kommentare. 850 Gold, Abdingzeit 10%, bisher ziemlich unspektakulär im Vergleich zu den anderen Items. Der Stapel-Effekt ist der gleiche, wie wir eben schon angesprochen hatten. Ja. Gewährt Helden und nahen Verbündeten, Helden und nahen Helden, Verbündeten, also dem eigenen Helden auch. Ja. Innerhalb von 611, 200 HP Region. Das ist das gleiche wie eben oben auch. Ja, genau. Nur halt mit 10% CDR anstelle von 120 Rüstungen. Was halt sehr, sehr gut ist auf Crack zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich's bauen würde auf Crack. Doch, 10% CDR brauchst du. Ja. Ja. Und ich denk mal, die Items wird man noch, oh, holy shit, sieht das geil aus. Ja, jetzt kommen die Großen, ja, die Tier 3 davon. Oh, haben die lange Effekte. Ich kann das euch nicht mal auf dem Screen zeigen. Ich müsste es verkleinern dafür, aber wir lassen es bei der Größe. Ist es besser zu lesen für euch? Ja. Ist es besser zu lesen für euch? Bitte sag mir, dass ich ein 1080p aufnehme. Nehme ich auf. Okay, ist es besser zu lesen für euch. So. Preis, 1850 Gold. Erschwinglich. Sieht noch cool aus, um es mal kurz zu erwähnen. Sieht sehr, sehr cool aus. Schöne Farben. Wird aus dem Talisman, der leichten Rüstung und der Ring der Vitalität gebaut. Also aus dem Ring, oh, nee, das ist so ein grüner Ring, ne? Aber Talisman, ja, nee, das ist Talisman auf Strength. Ring der Vitalität? Das ist einfach nur der HP-Ring. Okay. Rüstung 250, HP 600, Bewegungsgeschwindigkeit 5%, HP 40, Mana 15. Ist ja solide. Noch nicht wirklich, dass ich sagen würde, krass, so wie bei den anderen Items. Aber dazu der Effekt mit den drei Sekunden, die wir eben schon erwähnt hatten, wo ihr halt Gold und XP dazu bekommt. Die nächste passive Unterscheidung, das ist auch die gleiche, Tötung und es, also in Kill und Assists geben euch 30% mehr Gold und XP. Jetzt habt ihr das ganze Game dann. Und jetzt kommt die Passive, für die ihr quasi vermutlich das Geld zahlt, weil die Stats jetzt nicht so überraschend waren. Verleiht einem nahen Helden mit der niedrigsten HP 800 Schaden absorbiert. Erhöht außer dem Bewegungsgeschwindigkeit der Salisman drei Sekunden lang um 30%. Das sind die Effekte, die ich meinte, die super gut für AD-Carris sind. Ja. Und Lumbro kann das mit seiner Passive, vielleicht, wenn man ein richtig guter Lumbro-Spieler ist und seine Passive trackt, weil die ab Sekunde 1 anfängt, dass man das quasi damit verbindet. Das ist schon ziemlich cool. Und da, das ist halt auch die Sache, warum keine Assassine und so weiter mehr. Die werden einfach durch sowas komplett rausgecountert. Auch ein Sil. Auch ein Sil. Der wird dadurch komplett gecountert. Ich muss gestehen, ich bin umso hyped auf die nächste Season, weil ihr wisst, ich spiele hauptsächlich Assassinen. Das heißt, ich muss mich wirklich mehr anstrengen. Das wird cool. Es wird schwer, wenn ich noch nebenher ein anderes Spiel spiele. Ja. Okay, schauen wir mal. Oh, sieht der Ring geil aus. Das Unterweltglas mit einem Blatt in der Mitte. Der kommt aus Kanada, der Ring. Aber guck mal, mit diesen Hörnern an den Seiten und den zwei grünen. Der sieht mega aus. Und auch hinten die Schiene. Guck mal, der hat sogar, der Ring hat eine richtige Schiene an. Sowas hat da jemand gedacht? Ja. Man sieht das Gold drumherum gehen auf die Schiene. Krass. Ich meine, innen gehen sieht man das nicht, weil das klein ist, aber dass da jemand so viel Detailverliebtheit hat, wer auch immer das gemacht hat, ich mag den Typen. Ich hab das. Der auch immer das gemacht hat. Fähigkeitsstärke plus 90, Abklingzeit plus 15, also 5%. Bewegungsgeschwindigkeit 5%. Aber du kannst jetzt mit den Schuhen kombinieren. Stimmt. Oder mit der Kana, die dir 7% geben. Kauf die Schuhe und das Ding, du hast 30% Abklinggeschwindigkeit und mit den Akana hast du 40. Krass. Und dann baust du Schiene auf der Lost, dann hast du dich mehr Agide. Eigentlich cool. Oder du haust dir noch die Violinance. Akana, die dir 7% geben, dann bist du halt auch, dann kannst du halt noch das Agide-Item kaufen wegen den 20%. Oh, die einzigartige Active bringt richtig krass das Agide-Item. Das ist eine Active diesmal. Er langt 4% lang Division der Gegner in der nächsten Verschneiden. Das ist quasi Lind, das ist die erste Fähigkeit, ne? Ja, aber? Aber der nächsten gegnerischen Einheit, sprich, wenn ihr in der Base das Ganze macht, könnt ihr jemanden in eurem Jungle aufdecken. Ja, da steht jetzt nicht dabei, dass da wirklich eine Range drauf ist. Das steht wirklich explizit der nächsten gegnerischen Einheit. Das ist krass. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so geht oder ob da eine Range drauf ist. Weil da steht keine dabei jetzt. Das macht den Vades echt schwer, wenn man das Item gescheit verwendet, ne? Auch Trappen. Jemand wie ich, der Assassin spielt und irgendwie aufs Trappen angewiesen ist. Vor allem, du hast keine Wards in dem Spiel und das ist eine coole Alternative für Wards, wenn die zum Beispiel einen Slayer machen oder so. Ja. Du weißt, okay, du darfst, wenn du einen Slayer machst, nicht zu 5 dahin gehen. Du musst immer ein bisschen an der Base dran stehen, damit du nicht das nächste Ziel bist für dieses Item. Ja, du kannst wirklich über die komplette Map tracken, wenn die Gegner Drachen oder Slayer machen. Ja, das mit dem Schild gerade eben war by the way auch active. Das war auch active? Oh, okay, das hatte ich übersehen. Krass. Finde ich sehr cool. Tight Callers Mark. Geiles Icon. Sieht so ein bisschen aus wie so von Lilo und Stitch. Muss ich gerade direkt dran denken. Ich habe gerade mein Glas umgekippt. Ich muss kurz was. Alles klar. Dann machen wir gerade mit dem Lilo und Stitch Item so weiter. Baut sich aus Ring der Vitalität zusammen, also wieder HP-Ring, leichte Rüstung, Kristalltals, erstmal 600 HP, 200 Rüstung, solide. Den Buff hatten wir bereits, die Passive hatten wir auch bereits. Einzigartige, aktive Poseidon. Passt schön zum Icon. Finde ich gut. Erhöht den Schaden in der Nähe von Verbündeten um 5% und die Schadensreduzierung. Das ist quasi die alte Ägide. Ganz einfach zusammengefasst, die alte Ägide mit einem richtig, richtig, richtig geilen Building Path. Alte Ägide, zwei Ringe gebaut und einen grünen Klumpen gebaut, den irgendwie, außer mir, kaum jemand gebaut hat, weil Leute nicht verstanden haben, wie HP 5 funktioniert, aber ist ja auch egal. Es ist quasi die neue Ägide mit einem geileren Building Path, mit zwei Passiven, mit einer Active, die ihr zusammen mit dem Drachen unglaublich gut nutzen könnt. Sehr, sehr stark. Also, es ist die Ägide, die man halt jetzt intelligent einsetzen muss mit einem Active Item. Finde ich super stark. Schade allerdings, dass man durch dieses Item quasi nicht mehr das andere Active Item kaufen kann. Das ist Tank Active Item, was irgendwie niemand gekauft hat, außer am Anfang. Den Rock Shield, also den Steinschild. Generell aber, sehr coole Sache, um intelligent zu teamfighten. Also gerade, wenn ihr koordiniert spielt, mit Trio Queue, ist das ein Item, was ihr unbedingt kaufen sollt, weil ihr euren Burst teilen könnt. Absolute Empfehlung. Jetzt kommen wir zu den reinigenden Armschienen. Die sind ein bisschen größer geworden, oder? Wo haben wir die Armschienen? Ja, die haben ein bisschen Schmuck bekommen, die Armschienen. Ja. Oh, okay. 500 HP, 15% Abklingzeit. Da sind wir wieder. Die beiden Passiven hier werden jetzt die gleichen bleiben. Da ändert sich das nicht mehr dran. Und die aktive, Reinigungszauber. Entfernt Kontrolleffekte auf einem Verbündeten in der Nähe. Stellt außerdem HP des Ziels, um 160 plus 30 pro Level. Die Frage ist eigenes Level oder Champion Level. Wiederher erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Ziels eine Sekunde lang um 20% und gewährt zwei Sekunden lang Immunität gegen Bewegungsgeschwindigkeitsreduzierung. 90 Sekunden Abklingzeit. Zwei Sekunden lang? Heftig. Das ist super lang. Ich verstehe komplett den Lindes-Bann. Weil in der Zeit kommt Lindes in den Busch und dann kommst du nie mehr an sie ran. Nie wieder. Das ist vorbei. Das erklärt doch, warum dieser Bogen teurer geworden ist. Weil das Item mit dem Bogen auf einer Lindes, das ist richtig gut durchdacht worden von denen. Ja. Aber das ist schön, weil Supporter haben endlich mal auch was Geiles, was Spaß macht. Und das Item, was du gerade nicht mitbekommen hattest, das ist quasi die Passive von Sternfeste, also Sterneus Buckler, als Active. Oh, das ist cool. Also gerade, ich habe erwähnt, gerade Tri-Q und 5-A-Q, man kann halt wirklich extrem gut dann halt burst und sowas timen. Ja. Und auch für Suka, der halt, wo du es eben erwähnt hast, mit seiner Flash-Ult-Kombo reingeht, kannst du ihm das mitgeben, damit der garantiert den One-Shot bekommt. Ja, auf jeden Fall. Oder als Scud oder so, ne? Ja. Sehr, sehr. Und da werden Assassin halt wieder ein bisschen stärker. Oder du gibst es halt nach einer Weile, du. Ja. Ich denke, Assassin werden nur stärker, wenn du Premade bist, ansonsten wird das nur im Team-Thread aktiviert. Aber in Competitive Play, also wo du halt spielst, ist es, glaube ich, gibt das andere Item mehr Play-Möglichkeiten. Weil du es halt ... Ja, zumal, ich finde das halt mit dem CC, ehrlich gesagt, ist das beste Item. Ja. Weil Chalkner ist der Einzige, der das kann und nur deswegen wird er meist gepickt. Das ist halt mega OP. Das Item auf Chalkner vor allem. Oh ja, doppelt. Weil 500 HP, 15 CDR auf Chalkner nimmt man super gerne an. Chalkner hat eh schon geringe Coolons, noch geringere Coolons, beschwert man sich nicht drüber. Nee, auf keinen Fall. Krass. Ich denke, im koordinierten Play wird das das stärkste Item sein. Ich denke, in der Solo-Queue wird es schwer zu koordinieren sein oder du musst ein sehr guter Support sein, der halt das gut abschätzen kann. Also gute Supporter werden wirklich belohnt. Wenn sie einen guten Carry haben, dem sie halt gerade den Arsch retten. Ja. Kommen wir zu den Kampfmechaniken. Stille unterbricht normale Angriffe und andere nicht kanonisierte Zaubersprüche nicht mehr. Geil. Das hat mich so gestört bei Krack. Ja, zum Beispiel. Und bei Alice auch. Ja, Zephes-Uldie kann nicht mehr gekickt werden. Ja. Ich habe so oft einen Krack oder eine Alice nicht getötet als Nakrot, weil ich meinen Omniprog nicht rausbekommen habe, weil dann kommt der Silence und der Autotech bricht ab. Ich habe das gehasst wie die Pest. Sehr schön. Gute Änderung. Sehr, sehr gut. An der Änderung zusätzlicher Ranked Drogenassistent. Okay. Es steht ja jetzt, ich stelle mir das so gerade so vor, du gehst auf das Ranked-Icon und das Erste, was dir dann so angeboten wird, ist so ein bisschen Medikinet. Ich meine, Medikinet ist ja normal, das nehmen wir die ganzen, die ganzen Leute in Pi pro Szene. Dann hast du so ein Paket, was du direkt kaufen kannst, wenn du rankst. Kriegst du ein Gratiskin dazu noch. So Xenian als Shen-Verschnitt mit so einem Chirurgen-Outfit und so als Apotheker oder Apotheker-Poller, weil sie dich halten kann. Das wäre der Hammer, ey. Wenn ein zurückkehrender Spieler in einer Gruppe beitritt, erhalten sie einen zusätzlichen Team-Up-Bonus. Und das bedeutet, wenn du spielst mit deinen Freunden und spielst die nächste Runde nochmal mit deinen Freunden kriegst du dazu. Wie, mehr Gold oder was? Das, was man jetzt durch CorelFriend bekommt? Ich denke ja. Du kriegst Gold dazu. XP brauche ich eh kein Mensch. Eben. Hinzugefügt, Valor Prime. Könnt ihr übrigens mit Amazon Prime auf twitch.tv slash freki super gut damit verbinden. Kann man das nehmen? Ja, doch, doch. Und noch bekommt ihr auch keine Werbung, genießt die Zeit. Twitch, TOS haben sich geändert. Ihr bekommt bald auch als Twitch-Prime-Kundenwerbung. Gehört ihr aber nicht. Stimmt. In der Lobby Helden ausweiten? Valor Prime. Jetzt kurz hast du Valor Prime. Hast du da Kopfkarte? Hast du da noch mehr dazu? Oh, das ist schon Ende. Okay. Valor Prime. Ich fahr da heute das Video gesehen. Mhm. Du hast als Valor Prime einen anderen Rahmen. Du hast gerade aufgehängt. Du hast einen anderen Rahmen. Okay. Du hast im Chat ein besonderes Zeichen. Mhm. Du hast mehr Helden in der Rotation. Du kannst aber auch diese Helden, die Free-to-Play-Helden im Ranked spielen. Mit Valor Prime, ja. Das war in League of Legends der beste Patch, als sie das rausgenommen haben. Ja. Das kannst du machen und du kriegst ein bisschen mehr Gold, glaube ich. Und so ein Kram. Und du kannst Skins testen, glaube ich, auch noch. Monatliche Skins hast du mit in der Rotation. Andere coole Sache ist, es ist einfacher für Menschen wie mich, die nicht alle Champions gekauft haben, zu traden. Weil du die Champions in der Rotation hast. Das stimmt allerdings. Ich werde mir vielleicht bei Chokner kaufen mittlerweile. Weißt du was? Ich kaufe mir gerade bei Chokner, wo wir drüber sprechen. Lobby-Helden-Auswahl wurde in eine Lane-Selection in der Lose. Das heißt, wenn du in der Lobby bist, kannst du aus der Lobby raussteilen, ohne die Lobby zu verlassen und da kann er kaufen. Etc. Inzufügung eines Abwehrmechanismus der Ranglistenstufe. Das verstehe ich nicht. Das kann ich gleich erklären, aber kurze Frage zu den Könnte ich eine neue Run-Seite basteln, während ich in der Lobby bin? Ja. Geil. Holy shit, das ist geil. Das gab es in League of Legends, als es Runen gab nie und ich habe es mir so gewünscht und jetzt gibt es das. Cool. Absolut genial, weil man kann halt so kleine Anpassungen machen, wie ich nehme vielleicht doch das und das mit, weil ich die Build so und so ändere. Für gute Spieler gut, für weniger begabte Spieler, die in die Build was anfangen können. Mittlerweile, du kannst die Build auch jetzt ingame ändern. Also deine Builds kannst du ingame anpassen. Oh, wie geil. Das ist cool. Und der Abwehrmechanismus ist der folgende. dass ihr unter Silber 1 nicht mehr Sterne verliert. Okay. Und dann kommt, einmal im Monat haben alle Spieler in der Diamond Stufe und darunter die Chance, das Abwerfen einer Ranges zu haben. Das heißt, dass man einmal die, dass man vielleicht nicht abrutscht? Ja, ich glaube, du kannst einmal dodgen, dass du nicht abrutscht. Not a big fan. Nee. Das ist schon, das ist das unterstützende Mutpunkt und ich habe es ja schon in einem Video erklärt. Ihr findet es bei mir unter den Coaching oder unter den Educational Videos. Da habe ich erklärt, was das Problem mit Mutpunkten ist. Und das macht das Problem noch, ich meine, das ist nur einmal im Monat, aber es ist unnötig, komplett unnötig. Weil wenn ihr einmal in der EU erreicht habt und da rausrutscht, kommt ihr auch wieder dahin. Es gibt keinen Grund, warum ihr nicht da hinkommen solltet. Nach dieser einmaligen Verteidigung würde ein weiterer Verlust dazu führen, dass die Rangfolge wie üblich auf einer Ebene liegt. Hä? Das verstehe ich nicht. Ich gucke gerade mal ins Englische. After this one defense, another loss would reside in ranking down one tier. Achso, es geht danach einfach, also wenn du danach verlierst, dann wirst du ganz normal runtergesturft. Okay. Also wenn du auf Diamond 1, also wenn du auf Master bist, auf null Punkte und einmal diesen Monatsbonus hast, dann bleibst du auf null Sterne und null Mutpunkte. Wenn du danach verlierst, droppst du dann aber auf Diamond 1 mit vier Sternen. Das heißt, ist einfach nur, ist im Englischen besser ausgedrückt als von unserem Übersetzer. Können wir Geld zurückverlangen? 600 Euro gekostet. Im Hauptmenü würde ein AI-Assistent hinzugefügt, der Spieler Tipps, Erinnerungen und andere Hilfe bietet. Ja, ich habe den schon gesehen, das ist nicht so besonders. Ist einfach für Anfänger ganz cool. ihm zu erinnern, hey, du kannst da keiner kaufen, dies und das. Ich denke, auf Dauer wird er nervig, wie dieser Clippy in Word, weißt du? Ja. Wie dieser Clippy in Word. Ja. Das wäre cool, wenn es der Clippy aus Word 4 1 2 1 der hat so einen Handy klopft mit dem bling bling bling. Hey, brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Du hast zwei Buchstaben geschrieben. Hey, brauchst du Hilfe? Matchmaking. Jetzt kommt ein Thema, wo ich gerne mehr darüber sprechen möchte. Also, wir haben schon genug gesprochen, aber das hält uns ja nicht auf. Ihr kennt uns ja. Es wurden Änderungen an unserem Matchmaking-Algorithmus vollgenommen, um Spieler fairer und effizienter in Gruppen zusammenzuführen. Deshalb lesen sie Details in diesem Blogpost. In dem Blogpost, wir können gerade mal draufklicken, steht meines Wissens nach einfach nur drin, dass ihr als Solo-Queue-Spieler, also fangen wir oben an, als Premates von Fünfergruppen spielt ihr nur noch gegen Fünfergruppen. Theoretisch. Als Solo-Queue-Spieler spielt ihr nur noch gegen Solo-Queue-Spieler. Theoretisch. Und die Premate-Gruppen spielen nur noch gegen Premate-Gruppen. Also 3 plus 2 gleich 3 plus 2. Aber es kann auch sein, dass ihr 3 plus 2 gegen 3 plus 1 1 plus 1 spielt. Nee, das ist zur Zeit. Das kann nur sein, wenn die Wartestange super lang ist. And if a match is still not found, the last thing going is 3 plus 2 versus 3 plus 1 plus 1 Make-up. Das bleibt so. Ja, nach einiger langer Zeit beim Warten. Es ist eine super coole Änderung. Wir sind alle gehypt auf die Änderung. Also Solo-Queue-Spieler sind gehypt auf die Änderung. Das Problem ist, dass es diese 3 plus 1 plus 1 Variante noch gibt. Und die wird auch auftreten. Redet euch nicht ein, dass es nicht auftreten wird. League of Legends hat genau das hier versucht umzusetzen. Und League of Legends hat eine Player-Base in Europa als Beispiel, die einfach 10 mal höher ist, mindestens. Und es hat nicht funktioniert. Ich finde, es ist eine gute Änderung. Es ist eine Änderung, die notwendig ist oder die halt Solo-Queue-Spielern hilft. Aber es ist eine Änderung, wo ich an der Umsetzung starke Zweifel hege. Weil wie gesagt, in League of Legends habe ich das auch erlebt. Und das ist ein größeres Spiel mit einem besseren Team dahinter, wo es nicht umzusetzen war. Ich sehe es kritisch, ich sage es ganz ehrlich. Ich bin gespannt, was daraus wird. Gerade wenn du wirklich es schaffst, als Solo-Spieler, dich so auf 50, 60, 70 Sterne, wo du halt fast Top 50 bis hoch zu spielen, wird es wirklich kritisch, denke ich. Da denke ich, wirst du wenig bis gar keine Vorteile mehr genießen. In Lower Elo wird es vermutlich super gut funktionieren, weil du halt eine größere Player-Base hast. Problematisch für High-Elo, super für Low-Elo und ihr habt nicht mehr die Ausrede, ich spiele als Solo-Spieler nur gegen Dreier- und Zweier- und Fünfer-Teams. Ja, weil das wird nicht mehr passieren. Ja. Ein Solo-Cue, äh, Low-Elo garantiert nicht mehr, nein. Ja. Also mir wurde gesagt, dass sie das gerne machen wollen, aber dass sie wirklich jetzt, ähm, erstmal wirklich nur, dass du nur, nur das machen kannst und dann, dass das spätere, als später dazugefügt wird, wenn es nicht funktioniert. Okay. Wenn die Wartezeiten zu lang sind. Oh Gott. Aber keine Ahnung. Ich freue mich auf meine Q-Time-Simulator-Streams, werde ich Spaß dran haben. Spieler, die Teil einer Weiterschlange waren, in der sich jemand nicht rechtzeitig vorbereitet hat, werden priorisiert, wenn sie wieder im Matchmaking aufgenommen werden. Ja, das ist eine Sache, die für Early Season gut ist. Wenn man Early Season nicht angenommen hat, dann haben die Spieler, die danach reinkommen, eine Priorität, weil es kann auch vorkommen, dass man, wenn man dodgt, trotz der Minute Wartezeit, schneller in den Lobby kommt, als die anderen Spieler. Ja. Das ist für Early Season gut, für den weiteren Verlauf der Season macht es, glaube ich, keinen Unterschied, oder? Hm. Denke ich nicht. Da kommt das, was du eben angesprochen hast. Spiel, polnische und Optimierung. Also die polnische, die polnische Version wird optimiert. Und zwar in der polnischen Version ist es so, das Fenster zum Verwenden, Kauf und Verwenden von Gegenständen haben jetzt Spielregler, um die Anzahl der Gegenstände anzupassen. Ist auch polnisch ausgedrückt. Ich glaube, das ist das, was Simju eben gesagt hat, dass man in-game jetzt auch seine Items umsortieren kann. Genau. Aber es ist, glaube ich, umständlicher, als die Items einfach selbst zu kaufen, oder? Ist es. Aber es ist gemütlicher. Ja. Wird dazu führen, dass da Logo oftmal welche auf Level 1 die ganze Zeit rumhängen, diese Items. Ja, vermutlich. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe zwar Builds, aber ich benutze die Builds halt nie. Also ich habe keine aktuellen Builds für meine Champions. Ich baue immer selber. Und das ist einfacher, als irgendwas zusammenzuklicken, denke ich. Ist es auch. Aber nicht für jeden. Manche sind halt irgendwas anders lieber. Nachdem sie sich mit Freunden in einer Lobby getroffen haben, können sie jetzt im Hauptmenü zurückkehren, ohne aus der Lobby geworfen zu werden. Das meine ich. Ah. Okay, das ist praktisch. Beschreibung von Heldenfähigkeiten erhalten detaillierte Bonusnummern. Nur aushalten bei Matches. Check ich nicht. Vielleicht, ah doch, die Fähigkeiten und so weiter. Da wird dann eine 1 dran sein. So, oben eine 1. Und dann wird unten wahrscheinlich bei der 1 was erklärt werden. Zum Beispiel Butterflies Passive. Auch wenn es hier nicht drinsteht, du hast einen Dash. Genau, sowas denke ich. Ah, Iris Dash. Du kannst damit über... Nein, das würde ich drinstehen, weil es ein Bug ist. Neue Soundeffekte für Monster Dark Slayer... Dark Slayer Leicht. Der Leicht. Das Dark Slayer Leicht, haben wir das überlesen? Legt dir Eier. Dark Slayer Tod. Wenn der Drake beschworen wird und für das Leichen... Leichen in der Basis. Okay, anscheinend ist es so, dass in der polnischen Version, also das ist nichts, was bei uns passieren wird, in der polnischen Version, weil die gerne angeln, werden da jetzt Eier gelegt. Vom Dark Slayer und von der Basis. Da sind dann so ein paar Eier... Das ist so ein bisschen wie bei den Zerg, bei Star... bei StarCraft. Also ihr könnt ja da draufklicken, wenn ihr einen polnischen Client habt und könnt die ausbrüten und habt dann so Zerglinge. Ich denke, das ist die einzig valide Erklärung. Damit sind wir auch schon durch. Damit sind wir auch schon durch. Ja. Das ist schön. Damit würde ich sagen, bedanke ich mich schon mal bei Simjo dafür, dass wir das zu zweit wieder durchgegangen sind. Und ich bedanke mich vor allem bei euch, die sich wirklich das Ganze bei Simjo über zwei Stunden gegeben haben. Ich schaue mal nach. Insgesamt eine Stunde 40 haben wir bei mir. Oh, das geht so. Die sich das bei Simjo über eine Stunde 40 gegeben haben und jetzt bei mir noch mal 56 Minuten bis eine Stunde. Und ich hoffe, wir haben euch weiterhelfen können. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann postet das gerne in die Kommentare bei Simjo oder bei mir. Wir werden versuchen, bei beiden Videos ein bisschen drüber zu schauen und auch darauf zu antworten. Und ansonsten schaut gerne bei Simjo im Stream vorbei oder bei mir. Links sind in der Videobeschreibung. Und falls ihr aus irgendeinem Grund das Video gesehen habt und nicht das von Simjo, was ich zwar bezweifle, aber es kann ja vorkommen, dann schaut auch noch gerne bei Simjo vorbei auf dem YouTube-Kanal. Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Vorbeischauen und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bye. Bye, bye. YouTube-Kanal